Hey, hier ist Max von MaxApps und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich hier den Part 1 von Rayman Adventures. Ich spiele es jetzt ehrlich gesagt zuerst mal. Ich habe mir mal in die Beschreibung und so durchgelesen und ich würde einfach sagen, gehen wir einfach mal auf neues Spiel. Okay, so ein kleiner Kreis. Oh, jo. Was ist das denn jetzt? Überspringen? Überspringen wir es ganz mal und ich bin gespannt, was man jetzt hier machen muss. Ich spiele es ja am Handy direkt. Wähle deinen Helden. Ich habe jetzt einfach den gewählt. So, und jetzt passiert was? So, wir können nicht bewegen. Äh, Tippe zum Springen. Ah, okay, zum Springen tipp man. Ich würde gar nicht mehr klären. Okay, also, so lange habe ich es drauf. Au, das macht echt Bock. Das ist so ähnlich wie Tempelrun und so ähnlich halt wie Sucker-Sucker, ne? Nach vorne wischen anzureifen. What? Was ist das denn? Was ist denn da drin? Oh, ganz schön, Antimo. Blood, Klaus. Okay, einmal tippen, genau. Und was kommt jetzt? Nach hinten wischen? Was, was? Nach hinten wischen, um die Richtung zu ändern. Alles klar, okay. Was passiert hier jetzt? Kann ich schlecht sagen, oder? Okay, wir haben diese Kreisel, die wir schon gehalten haben, um zu gleiten. So, Blood, Klaus. Vielen Dank für deine Hilfe, Held. Leider müssen auch noch meine Freunde und Familie gerettet werden. Meinst du? Ach, man muss hier Leute retten. Ach, so, ja. Darin wischen für eine Schwetterattacke. Blood, Klaus. Blood, Klaus. Blood, Klaus. Halten. Nein. Nein. Was? Da hinten muss... Ah. Abenteuer 1. Wagen wir uns dem Abenteuer... Wagen wir uns dem Abenteuer. Ich glaube, die eine Looms. Ach, Diamanten so in etwa. Hallo, du da. Hut! Aber erst mal schon direkt in die falsche Richtung gemacht. Oh, ja, die Dinger muss einsammeln, glaube ich. Äh, jetzt. What? Wie viele Dinger sind das denn bitte? Ähm. Oh, nein, nein, hoch. Ach, nee. Muss gar nicht. Ah. Hallo, nein. Nein. Äh, Mauersprung. Alles klar, okay. So, was war denn das da hinten? Oh, nein, da... Oh, Gott. Äh, anrechnen. Zack. Und hier rein. Und der Widerdinger... Ja! Nein, 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 nein. Bamm! Hä, das ist mega witzig, das Spiel. What? What, what? Was mache ich denn hier, bitte? Ah, ja, alles klar, gut. Äh, runter. Ja, nein, nein. Äh, äh. Ich komme mit Erscheinung noch nicht ganz gut, klar. Hup, hab ich das gesehen. So, bam. Yo, das... Äh? Was ist auch so ein Ding? Oh, oh. Hä, das ist mega witzig. Zack. Was ist das denn? So, und dann geht's weiter. Oh, die Sänger einsammeln. Das macht voll Bock. Nein. Umdrehen. Oh, 20% nur noch. Weiter. Oh, achso. Und... Achso, jetzt... Was ist das denn? Okay. Was passiert jetzt hier? Habe ich's erst geschafft? Wo muss ich ihn irgendwie kämpfen noch? Habe ich gerade irgendwas bekommen? Achso, die... Ah! Irgendwie, das Spiel ist lustig. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Und was passiert jetzt? Ich glaube, jetzt ist das Level fertig. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Level. Ja, das Level wäre geschafft, aber das war echt witzig, finde ich. Das hat auch echt Spaß gemacht. Aber in der Stelle würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, dann gebt mir einen hoch. Dadurch sehe ich, dass es euch gefallen hat. Und damit ihr nichts mehr von mir verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Tschüss.